hallo und herzlich willkommen zurück zu rettodetto2 boys gut dass ihr wieder am start seid so gehen wir direkt zum hosea ja das spiel hatte ich zur letzte folge das spiel einmal kurz ausgeschaltet deswegen bin ich jetzt hier respawned wie auch immer gehen wir direkt zum hosea wenn wir schon mal hier sind boah lassen wir durch hier hallo nehmt bei trinkt noch ein bisschen okay wo muss ich fahren warum muss ich fahren wo war denn der john wo sitzt der denn ach so der ist schon weggeritten selber irgendwie so im vergleich zur letzten folge spiele ich jetzt auch auf ultra 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 das ist jetzt höchste einstellungen auf wqhd das heißt ich habe noch mal hochgeschraubt die die auflösung da ich ja jetzt ein streaming pc habe oder einen recken pc also recording pc kann ich das nur so machen weil dann hat der erste pc jetzt bisschen easy peasy lemon squeezing kind of chilling down und der zweite pc ist gerade am rendern die stars ananas also läuft boys immer weiter boys auch wir gehen zu dem boys hier braveweights bla 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 die boys auch das ist hier braveweights das ist richtig gut hier mir gefällt das richtig gut also das hier muss diese allee hier ne und so also baumallee und schwach ich muss anhalten anscheinend der anbo das mal durch hier das big papa bear durch ich 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 wir wir Hallo? Driver? Bin ich hier der Boss oder hier der Fahrer oder? Ja, hier sind wir ja schon mal eingebrochen. Da hinten glaube ich. Da haben wir den Brief abgegeben. Zum Girl. Zum Girl. Guck mal, ich fahre jetzt auch hier richtig entlang. Hallo? Ich dachte vielleicht, du warst auf dem Markt. Für was? Was? Ich bin nicht auf dem Markt, aber es ist mir schon. Der Weg wir sehen, ist es uns. Wir haben es mit uns, und ich habe es alles überprüft. Für die Leben von mir, ich konnte nicht sehen, was dein Name. Oh. Relax, ich habe nicht gehört. Ich weiß, dass das einfach ist. Wollen wir einen Deal machen? Was kaufen wir diese Sachen für? Dollar ein Bottle? Wir geben uns 50 Cent. Es ist schon uns. Wir sehen uns als eine Reaktion für die Geburt. Die Alternative ist, dass wir es in einem anderen Ort verkaufen gehen. Die Alternative ist, dass du dich getroffen hast. Jetzt. Wer möchte, dass du mit einer Bottle oder zwei Lüge getroffen hast? Ha, ha, ha. Payt den Mann. Oh, shit. Nice. Ich bin cool. Und, hör mal. Wir haben es nicht. Oh, okay. Hey. Wie du möchtest, Madame. Du Jungs, komm mal zurück und erzähl mir, wie du es gemacht hast. Vielleicht spielen wir ein bisschen Kribbets. Gerne. All right. Next stop. Die Grafik ist schon bombastisch, boys, eh. Bombastisch, go. Dann, äh, bringen wir das mal weg hier. Das wird, glaub ich, ne lustige Folge. Ich glaube, wenn es die Folge ist. Vollgas. Vollgas Richtung Dings, ihr wisst schon. La, 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 la. Also, ist schon interessant, was sie da eigentlich labern die ganze Zeit. Also, ähm, macht Sinn da auch zuzuhören. Die Kurve nicht bekommen. Okay. Jetzt hab ich geschafft. Ja, Mr. Grey. Das ist es. What up, thou? Ich hoffe, ihr macht keinen Shit hier. Mh. Ich muss gleich ein Schlückchen Tee nehmen, boys. Wegen diesem Spiel, ähm, hab ich auch angefangen immer mehr boy zu sagen. Früher hab ich das nie so gehabt. Nur wegen, seitdem das Spiel draußen ist dieses boah. Sie sagen ja wegen jedem Furz hier einfach boah. 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 Da ruht sich ja wohl richtig beschissen aus. Hör auf. Hör auf. Annen Sie einen Pferden. Hör auf. Oh. Hör. 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 Du kann nicht sprechen. Du hast blöd gebreitet. Du bist blöd gebreitet. Du hast blöd gebreitet. Du hast blöd gebreitet. Da da, Fenton. Da da, da. Deine Schreiber. Du hast blöd gebreitet. Fenton. Der Fenton. Oh, sorry Boah. Du bist zu schnell. Ja, sorry. Das ist die 30er Zone oder was? Ich komme hier rüber. Oh, schneller, schneller, schneller hier rüber. Ich kann nicht schneller gerade. Hallo, Boys. Jo, mache ich. Oh, shit. Jetzt wird's hier Schwarzgebranntes verteilt. Das andere nehmen wir gleich mit raus. Ja, das ist die Schwarzgebranntes. Leute kaufen die korrekte Dinge. Ich weiß nicht, noch einen Dollar. Er sagt, gib uns eine halbe Stunde. Welchen Schmerz können wir in eine halbe Stunde machen? Geh jetzt! Enjoy das Geld! Geh jetzt! Geh jetzt, Freunde! Geh jetzt den Lüchern! Scheinbar waren das so die Mitarbeiter oder so. Wir gehen jetzt hinter den Tresen. Ah, hoi, coole Jacke. Habe ich übrigens an, oder Boys? Ja. Fenton will rein. Ach, ich muss da hinten rein. Hallo! Herr Präsident! Mein Name ist Melton. Das ist mein Bruder Fenton. Er ist ein bisschen lustig. Aber Boyd, kann er keine Trinken geben. Für die nächsten 30 Minuten. Die Trinken in dieser Bar, in dieser Stadt sind komplett frei. Ja! Oh, shit! Die... 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 Ah, ich muss das selber machen, so. Okay. Hm, Fenton machst du aber gut, ey! Mr. Fenton, boah! Sieht cool aus, ey! Muss ich hier... Muss ich hier alles ein... Äh, guck mal hier. Muss ich hier den Barkeeper spielen, Boys. Warum was F auf der Flasche eingießt? Mach ich doch. So. So ist besser. Schön trinken, Boys. Schön trinken. Die... Trink nicht zu viel, Boys, ey. Alkohol ist nicht gut, Boys. Immer drauf achten. Alkohol erst ab 18. Fenton. Fenton, come on! Oh, shit! Oh, ist schon wieder. Ich wollte schnell Milch holen. Wer kennt das nicht, ne, Boys? Komm, Fenton! Nicht aufhören! Oh, oh! Oh, shit, Boys. Was müssen wir hier... Oh, shit, Boys, was müssen wir hier... Oh, shit, Boys, was müssen wir hier... das vermisse ich im online modus dieses dead eye verlangsamung weil im online modus gibt es das leider nicht das vermisst man da voll wenn man sich einmal daran gewöhnt hat vermisst man schon so ein das erleichtert natürlich na komm rauf hier okay aber warte mal da ist noch einer ja wow wo bleibst du arfer lustig funny boy ups easy peasy lemon squeezy ja ich hab ihn fast bekommen jetzt kann alles runterspringen okay aber hat fast schon bekommen boys jetzt muss ich muss ich fahren oder was er fährt okay ich muss schießen nice okay das mache ich gerne höher falsche waffe was war das denn für eine vogel ich hoffe ich habe noch genug dead eye was war das denn ein guttreffer das kann nicht überlebt haben okay der ist gegen den baum geritten der trottel da oh ich habe keinen dead eye mehr das da auffüllen ich dachte ja nice ich habe mir schon gedacht dass es dass es schon tnt ist oh shit boy pass auf hinter dir oh shit boy pass auf hinter dir wow was war das denn ey geil was mit dir hier hey guck mal das pferd gut shot boah gut shot boah nice ich glaube wir haben es easy peasy für uns boys oder was sagt ihr oder lemon squeezy hey hey das alles wegen ein paar flaschen schnapps mhm da hat er recht der boah okay und will der jetzt super advertising Sie wollen uns umsetzen? Nein, ich glaube nicht. Vielleicht. Das Ort ist wunderschön. Ich kenne diese Leute. Einige Militiae. Ich bin sicher nicht so glücklich, dass wir ein paar neue Kompetitionen haben. Ich gehe und schaue den Mob Braithwaite. Was? Wir haben Geld verdient. Der Pferd wird wieder langsam, aber sicherlich. Ein Teil von mir denkt, dass wir uns einfach gut und verloren haben. Aber wir brauchen noch viel mehr Geld, bevor das passiert. Also, für heute. Lass mich gehen und geben die alte Frau Braithwaite etwas von dieser Moonshine. Als, äh... Lass uns das eine Friedensofferung nennen. Sicher. Das war Spaß, Pitten! Wir werden noch einen Arzt von dir machen! Ich gehe mit Dutch sprechen. Also, was denkst du? Über was? Du findest wunderschön in diesen Teilen. Oh, sehr schön. Genau. Auf einer Seite haben wir die Gray-Familie. Scots. Degenerates. Drunkards. Die Landwirte. Du kannst das alles nicht machen. Rich ist Kreisus. Und auf der anderen Seite, sie sind die Bräithwaite. Die Braithwaite. Moonshine. Hypocritische. Wir glauben. Wir glauben. In Gold. Und in der Mitte, du hast eine inbrede Re-Tellung von Romeo und Juliet. Genau. So, was du denkst? Wir versuchen sie beide zu robben. Du bist sicher? Warum? Warum nicht? Denn wir haben einen Landwirte in drei anderen Ländern nach uns. Die letzte Sache, was ich möchte, ist, dass wir uns in die Probleme haben. Aber wir brauchen Geld. 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 Ich habe Shawn zum Bräithwaite. Auch. Du kannst sie mit ihnen treffen. Oder du kannst John und Javier bei der Greys. Was mit den Bräithwaiten zu tun. Wie haben wir in die Greys? Der Herr Greys hat eine Wort mit seinem Vater geöffnet. Es ist nicht so kompliziert. Wir müssen alle Familie überzeugen, dass wir auf ihre Seite sind. Und dann wir sie beide. Bevor sie herausfinden, dass es uns die Donner waren, und nicht das andere Lot, wir werden lange weg. Denke an das als Payback. Für meinen Vater. Payback? Ich bin nicht in der Revenge-Business, Dutch. Zumindest für etwas, das hat ein langes Jahr gelesen. Na, ich glaube, wir müssen alle für etwas bezahlen. Jetzt, wenn du mich entschuldigst, Arthur, muss ich eine Art schreiben. Ah, was dich gerade erfreut. Wo sind wir denn hier überhaupt? Ist das unser Camp? Was ist dieser Berg? Da kam irgendwie gar nicht bekannt vor gerade. Darf ich mich gerade hören? Wo treibe ich mich denn hier rum gerade? Okay, Mission 1, die haben wir abgeschlossen. Was haben wir denn noch hier übrigens? Ihr seht übrigens auch die Maus hier jetzt endlich wieder. Das hat sie auf Rockstar endlich gefixt. Was ist hier? Hier ist Land. Hier ist John Mars. Okay. Hier ist nochmal Hosea. So. Ein bisschen Kohle-Emissionen. Was ist das hier? Und ist hier so ein Punkt. Markierung. Aber das ist nicht von mir. Doch, jetzt. Tatsächlich von mir. Okay. Dann. Lenni Ansprecher. Kann ich denn so Aufgaben jetzt noch machen? Ich muss mein Deadeye verbessern. Kann ich was essen, damit einfach nicht dünner wird. Bitte kann er mich anquatschen. Der kann nämlich Quatscheru Anu. Evening. 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 Zumindest macht das Sinn. Würde jetzt Vita und Eddie sagen. Schlafen. Schlafen. Oh fuck. Was habe ich gemacht Boys? Wohin habe ich geklickt? Ich hoffe, ich habe morgens geklickt. Nicht, dass ich aus Mitternacht aufstehe. Schlafen. Toll. Mitternacht gemacht. Schlafen bestimmt fast alle hier. Schlafen. Morgen. So. Bis zum nächsten Morgen. Guru. Die Boy heißt. Die Boy. Oh 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 oh. So jetzt aber Boys. Ein kleiner Röntgen. Sleeping. Sleeping. So. Jetzt sind wir frisch aufgedingstet. Wir fahren jetzt. Eigentlich hätten wir Lenni machen können. Wir werden aber zu. Wahrscheinlich. Ich will das mal John Marston machen. John Marston. Reiten wir mal hin zu Mama. Boah 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 boah. Boah 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 bo selber gespannt wie viel folgen wir haben werden bei diesem durch game also diesen durch spielen hier vom game bin spannend boys ich hoffe ihr auch spannende wir müssen die stadt glaube ich rein für diese johnny boy martinio missionen kannst im world keine waffen benutzen und solange der chef ok verstehe nice fan mission haben wir gemacht auf jeden fall die war echt cool john marsch sind wahrscheinlich hier in einem der häuser oder big boi 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 hey treibst dich rum big boy immer hier rüber ja genau so jungen jungen mit der eddie was ist mit hier los manchmal die so gut geht es da vorne mit diesem anwesstück das kann ja auch selber springen ich muss es ja nicht muss ja nicht lehrtasse ich kann ja auch lehrtasse klicken aber muss ja nicht unbedingt kann er ja auch selber da boah ich glaube das ist nicht so der geile weg wenn man hier durch will du kannst in kelligan hall keine waffen benutzen bla 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 ok boys ich glaube das ist eine perfekte stelle um das in der nächsten folge zu machen cool dass ihr dabei wart bis zum nächsten mal würde ich sagen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal